Mark Twain, die Sage von der kapitolinischen Venus, erstes Kapitel, Ort der Handlung, das Atelier eines Künstlers in Rom. Oh, George, ich liebe dich! Ach du meine Güte, Mary, das weiß ich, aber warum ist dein Vater so halsstarrig? George, er meint es gut, aber Kunst ist bei ihm mumpitz. Er versteht nur etwas von Spezereien, er glaubt, du würdest mich verhungern lassen. Zum Henker mit seiner Weisheit, sie schmeckt nach höherer Erleuchtung. Warum bin ich kein gutverdienender, gefühlloser Krämer, sondern ein gottbegnadeter Bildhauer, der nichts zu beißen hat? Verzage nicht, George, lieber, seine ganze Voreingenommenheit wird schwinden, sobald du 50.000 Dollar er... 50.000 Teufel! Kind, ich bin mit der Miete im Rückstand! Zweites Kapitel Ort der Handlung Eine Wohnung in Rom Mein lieber Herr, es ist zwecklos, weiterzureden. Ich habe nichts gegen Sie, aber ich kann nicht zulassen, dass meine Tochter einen Mischmasch aus Liebe, Kunst und Hunger heiratet. Ich glaube, Sie haben nichts anderes zu bieten. Sir, ich bin arm, das gebe ich zu. Aber ist denn Ruhm nichts? Hochwürden Bellamy Fudel aus Arkansas sagt, dass meine neue Statue der Amerika ein gefälliges Stück Skulptur sei, und er ist überzeugt, dass mein Name noch einmal berühmt wird. Quatsch! Was weiß der Esel aus Arkansas schon davon? Ruhm ist nichts. Den Marktpreis ihrer marmornen Vogelscheuche muss man sich betrachten. Sechs Monate haben Sie gebraucht, um Sie auszumeißeln. Und Sie werden Sie nicht für 100 Dollar los. Nein, Sir, zeigen Sie mir 50.000 Dollar und Sie bekommen meine Tochter. Andernfalls heiratet Sie den jungen Simpa. Sie haben genau sechs Monate Zeit, das Geld aufzubringen. Guten Morgen, Sir. Ach, weh mir. Drittes Kapitel Ort der Handlung Das Atelier Oh, John, Freund meiner Kindheit, ich bin der unglücklichste Mensch der Welt. Du bist ein Einfaltspinsel. Nichts ist mir geblieben, was ich noch lieben könnte, als meine arme Statue Amerika. Und schau, nicht einmal sie zeigt Mitleid mit mir in ihrem kalten Mammorgesicht, so schön und herzlos. Du bist ein Trottel. Aber John. Aber Kohl. Sagtest du nicht, du hast sechs Monate Zeit, das Geld aufzutreiben? Verhöhne mich nicht in meiner Seelenpein, John. Und wenn ich sechs Jahrhunderte Zeit hätte, was nützte das? Was könnte diese Frist einem armen Teufel ohne Namen, Kapital oder Freunde schon helfen? Gimpel, Feigling, Kindskopf. Sechs Monate Zeit, das Geld aufzutreiben. Und fünf genügen dazu. Bist du verrückt? Sechs Monate massig Zeit. Überlass das mir. Ich krieg das Geld zusammen. Was willst du denn damit sagen, John? Wie in aller Welt willst du denn so eine ungeheure Summe für mich auftreiben? Willst du das bitte mir überlassen und dich nicht reinmischen? Willst du mir freie Hand lassen? Willst du schwören, dich allem zu fügen, was ich auch mache? Willst du mir versprechen, an dem, was ich tue, nicht auszusetzen? Mir schwindelt. Ich bin durcheinander. Aber ich schwöre es dir. John nahm einen Hammer und schlug der Amerika vorsätzlich die Nase ab. Noch einmal holte er aus und zwei ihrer Finger fielen herunter. Noch ein Schlag und ein Teil ihres Ohres flog ab. Ein weiterer und eine Reihe von Zehen waren los und verstümmelt. Wieder einer und das linke Bein vom Knie abwärts lag in Trümmern. John setzte sich den Hut auf und ging. Eine halbe Minute lang starrte George sprachlos das angeschlagene, groteske Schreckgespenst vor sich an. Dann sank er zu Boden und verfiel in Krämpfe. Bald darauf kehrte John mit einem Wagen zurück, lud den Künstler mit dem gebrochenen Herzen und die Statue mit den gebrochenen Beinen auf und fuhr los, leise und gelassen vor sich hin pfeifend. Den Künstler setzte er in seiner Wohnung ab, fuhr weiter und verschwand mit der Statue auf der Via Quirinalis. Viertes Kapitel Ort der Handlung Das Atelier Die sechs Monate sind heute um zwei Uhr um. Oh, diese Pein! Ich bin erledigt. Ich wünschte, ich wäre tot. Gestern hatte ich kein Abendbrot. Heute hatte ich kein Frühstück. Ich wage nicht, ein Speisehaus zu betreten. Und ob ich Hunger habe? Reden wir nicht davon. John, mein Schuhmacher quält mich zu Tode, mein Schneider quält mich, der Wirt verfolgt mich. Ich bin unglücklich. John habe ich seit dem schrecklichen Tag nicht mehr gesehen. Sie lächelt mir zärtlich zu, wenn wir uns auf einer der großen Hauptstraßen begegnen, aber der alte Grobian von Vater heißt sie sofort, nach der anderen Seite zu blicken. Nanu, wer klopft da an die Tür? Wer kommt mich hier zu drangsalieren? Der niederträchtige Schurke von Schuhmacher, wett ich. Herein! Ah, Glück möge eure Hoheit geleiten. Der Himmel segne eurer Gnaden. Ich bringe meinem Herrn die neuen Stiefel. Ach, reden Sie nicht von Bezahlung, damit hat es keine Eile. Absolut keine Eile. Werde stolz darauf sein, wenn mich der gnädige Herr weiterhin mit seiner Kundschaft beehrt. Adieu! Bringt die Stiefel selbst. Verlangt keine Bezahlung. Verabschiedet sich mit einer Verbeugung und einem Kratzfuß, mit denen man einer Majestät seine Ehrerbietung erweisen könnte. Wünscht weiterhin meine Kundschaft. Ist die Welt aus den Fugen? Bei all dem... Es klopft schon wieder. Herein! Verzeihung, Signore, aber ich bringe Ihren neuen Anzug. Herein! Tausendmal um Vergebung, dass ich störe, euer Gnaden. Aber ich habe die schönen Zimmer unten für Sie hergerichtet. Dieses erbärmliche Loch hier oben passt schlecht für einen. Herein! Ich komme, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Kredit bei unserer Bank, der vor einiger Zeit leider aufgehoben war, voll und ganz wiederhergestellt ist. Und wir werden uns überaus glücklich schätzen, wenn Sie sich an uns wenden wollten. In jeder... Herein! Mein edler Junge, sie ist dein. Sie wird jeden Augenblick hier sein. Nimm sie, heirate sie, liebe sie, sei glücklich. Gott segne euch beide. Hipp, hipp, hurra! Herein! Oh, George, mein einzig Geliebter, wir sind gerettet! Oh, Mary, meine einzig Geliebte, wir sind gerettet! Aber, aber ich schwöre, ich weiß nicht warum! Fünftes Kapitel Ort der Handlung Ein römisches Kaffeehaus In einer Runde von Amerikanern liest und übersetzt einer aus der Wochenschrift Il Slang Donner di Roma Wunderbare Entdeckung Vor ungefähr sechs Monaten Kaufte Senior John Smith Ein Amerikaner, der schon einige Jahre in Rom wohnt Für einen Pappenstiel Ein kleines Grundstück in der Champagner Gleich hinter der Grabstätte der Familie Scipio Von dem Eigentümer Einem bankrotten Verwandten Der Fürstin Borghese Danach ging Mr. Smith zum Minister des Staatsarchivs Und ließ das Grundstück Auf einen arben amerikanischen Künstler Namens George Arnold übertragen Indem er erklärte Dass er dies als Bezahlung und Vergütung Eines finanziellen Schadens tue Den er vor längerer Zeit unbeabsichtigt Einem Senior Arnold gehörenden Besitz zugefügt habe Und ferner bemerkte er Dass er als weitere Entschädigung Auf eigene Veranlassung und Kosten Den Boden für Senior Arnold Meliorieren wolle Als Senior Smith vor vier Wochen Einige notwendige Ausschachtungen Auf dem Grundstück vornahm Grub er die ungewöhnlichste antike Statue aus Die je die reichen Kunstschätze Roms vermehrte Es ist eine herrliche Frauengestellt Und obgleich sie der Schmutz Und der Moder der Jahrhunderte traurig befleckt Vermag ihre hinreißende Schönheit Niemand ungerührt zu betrachten Die Nase, das linke Bein vom Knie abwärts Ein Ohr und auch die Zehen des rechten Fußes Und zwei Finger einer Hand fehlten Doch im Übrigen befand sich die edle Gestalt In einem bemerkenswert guten Zustand Die Regierung holte die Statue sofort militärisch ein Und ernannte eine Kommission von Kunstkritikern Altertumsforschern und den hervorragendsten Kirchenfürsten Die den Wert des Kunstwerkes schätzten Und die Vergütung festsetzen sollten Die der Eigentümer des Grundes erhalten muss Auf dem es gefunden wurde Bis gestern Abend wurde die ganze Angelegenheit Strickt geheim gehalten Unterdessen saß die Kommission Hinter verschlossenen Türen und beriet Gestern Abend entschied sie einstimmig Dass es sich um eine Venus handelt Das Werk eines unbekannten Aber hochbegabten Künstlers Aus dem dritten Jahrhundert vor Christi Geburt Sie hält es für das vollkommenste Kunstwerk Das die Welt kennt Gegen Mitternacht Hielt die Kommission eine letzte Sitzung ab Und entschied, dass die Venus die enorme Summe Von 10 Millionen Franken wert sei Da gemäß römischem Recht und römischem Brauch Die Regierung zur Hälfte Miteigentümer Aller in der Champagner gefundenen Kunstwerke ist Hat der Staat nichts weiter zu tun Als Mr. Arnold 5 Millionen Franken zu zahlen Und die schöne Statue für immer in Besitz zu nehmen Heute früh wird die Venus auf das Kapitol gebracht Um dort zu verbleiben Und zu Mittag wird die Kommission mit einer Auf die stattliche Summe von 5 Millionen Goldfranken Lautenden Zahlungsanweisung An das Schatzamt Senior Arnold Ihre Aufwartung machen Ein Chor von Stimmen So ein Glück Glück ist gar kein Ausdruck Eine andere Stimme Meine Herren, ich schlage vor Dass wir sofort eine amerikanische Aktiengesellschaft Zum Erwerb von Land und zur Ausgrabung von Statuen hier gründen Mit geeigneten Verbindungen zur Wall Street Die den Kurs hochhalten und stützen Alle einverstanden? Liebste Mary, das hier ist die berühmteste Statue der Welt Es ist die bekannte kapitolinische Venus Von der du schon so viel gehört hast Hier steht sie Die kleinen Mängel von den namhaftesten Künstlern Roms Restauriert Das heißt ausgebessert Und die bloße Tatsache Dass sie das bescheidene Ausbessern Einer so edlen Schöpfung besorgten Wird ihren Namen Glanz verleihen Solange die Welt sich dreht Wie seltsam es ist Dieser Ort Einen Tag, bevor ich das letzte Mal hier stand Vor zehn glücklichen Jahren War ich kein reicher Mann Du meine Güte, ich besaß keinen Heller Und doch hatte ich allerlei damit zu schaffen Ruhm zur Besitzerin des herrlichsten antiken Kunstwerks zu machen Das es auf der Welt gibt Der angebeteten Der erhabenen kapitolinischen Venus Und auf welche Summe man sie schätzt Zehn Millionen Franken Ja, jetzt Und, George Wie göttlich Wie schön sie ist Ach ja, Mary Aber nichts dagegen Wie sie aussah Bevor ihr der segenspendende John Smith Das Bein abbrach Und die Nase abschlug Der erfinderische Smith Der begabte Smith Der edle Smith Der Urheber all unseres Glücks Hoch Mary Weißt du, was das Krächzen zu bedeuten hat? Mary, die Kleine hat den Keuchhusten Wirst du denn nie lernen, besser auf die Kinder aufzupassen? Die kapitolinische Venus befindet sich noch immer auf dem Kapitol in Rom Und ist noch immer das reizvollste und erhabenste antike Kunstwerk, dessen sich die Welt rühmen kann Aber wer jemals das Glück haben sollte, vor ihr zu stehen Und in die übliche Verzückung zu geraten Der soll sich seine Seligkeit nicht von der wahren und geheimen Geschichte ihrer Entstehung trüben lassen Und wer von einem riesenhaften, versteinerten Menschen liest Ausgegraben bei Syracuse im Staat New York Oder bei irgendeinem anderen Ort Der soll seine Weisheit für sich behalten Und wem das Großmaul, das ihn dort vergrub, ihn zu einem enormen Preis anbietet Der soll ihn ja nicht kaufen Der schicke ihn zum Papst Der schicke ihn zum Papst